Hallo, hier ist euer Norbert. Ich möchte euch heute hier bei mir in der Herrenabteilung begrüßen und euch ein paar Eckdaten geben bezüglich der Online-Terminvergabe. Die Beratungszeit beträgt eine Stunde, in der wir mit euch alle Dinge erarbeiten, die euch am Herzen liegen, rund um das Thema festliche Kleidung. Also, bis bald, hier in Tellingstedt.